Guten Tag, Ihr Condominio Altea mit seinem großen Schwimmbetten. In grüner Lage das Gebäude verfügt über Parkplätze und befindet sich in Calle Goethe in Lignano Riviera. Die Wohnung Typ B hat einen schönen Balkon, ausgestattet mit Tisch und Stühlen, wo man im Freien essen kann. Wohnestimmer mit Doppelschlafcouch. Klimaanlage. Fernseher. Kochecke mit Küchen mit Getrierteil. Ein Doppel- oder ein Zwei-Bettzimmer. Bad mit Dusche und Fenster. Bad mit Doppelschlafcouch. Bad mit Doppelschlafcouchouch. Bad mit Doppelschlafcouchouch. Untertitelung des ZDF, 2020